herzlich willkommen zum dritten teil des daten.de spieler durchlaufs für die wm 2023 wir sind angekommen bei den internationalen qualifikanten da sind einige namen dabei die man von der tour kennt die es dort aber nicht geschafft haben sondern vielleicht erst über dritt und viert wege den weg zur wm gefunden haben aber es gehört natürlich zu jeder wm dass dort auch einige von übersee dabei sind die man vorher noch nicht so gehört hat wenn im video zur proto der vorschlag kam man könne sich jetzt ein getränk nehmen wäre wahrscheinlich ein cocktail nicht schlecht denn es wird exotisch den anfang macht raymond smith und das ist so eine der großen geschichten der letzten wm gewesen um ein haar wäre er ins viertelfinale eingezogen hätte max hopp die tour card geklaut sozusagen und ja wäre dann vielleicht profi geworden dagegen spricht aber das familienleben australias natürlich die große distanz ein thema und ja warum sollte ihm kein erneuter run gelingen ist wahrscheinlich der beste dart profi den es derzeit da in down under gibt nobuhiro yamamoto machte auf sich aufmerksam weil er den japan qualifier gewonnen hat hat dort im viertelfinale ja einen etwas schwächeren saigo asada geschlagen den kennen wir eher aus den letzten jahren und ja aus japan hat man immer wechselnde qualifikanten gesehen häufig aus der eda szene kommend so ist es auch bei yamamoto und deswegen wäre auch ein erstrunden erfolg bei ihm als sensation einzustufen daniel lassohn hat zwar keine tour karte mehr aber in diesem jahr hat er es erstmals im auf der european tour in ein achtelfinale geschafft auch erstmals beim world cup of darts die zweite runde erreicht sein letzter wm auftritt der war allerdings enttäuschend 0 zu 3 schnitt unter 80 punkten somit wäre auch ein größerer erfolg bei dieser wm eher überraschend danny baggisch auch eigentlich eine der größeren wm geschichten aus den usa steht aber jetzt vor dem verlust seiner tour karte die er anfang 2021 gewonnen hat es kommen seitdem er die dritte runde bei der wm 21 erreicht hat nicht mehr die gewünschten leistungen jetzt über den umweg der nordamerikanischen tour aber wieder dabei gegen matt campbell dann das duell zweier nordamerikaner laurence illigan der mann von den philippinen ist sechsfacher wm teilnehmer mittlerweile sogar das fünfte mal in folge das ist für einen mann aus asien ein echtes gütesiegel mit dem gütesiegel hört es dann aber auch wenn man sich die wm teilnahmen anschaut bis auf einen vorrunden erfolg 2013 war nichts zählbares dabei die erste runde die erste volle runde hat er nie überstanden der flippige mann von den philippinen als zweiter mann von den philippinen steht dabei paulo nebri da zur seite und es ist mal ein jüngerer mann aus dem asiatischen raum 2018 stand er im achtelfinale der junioren wm und hat sich jetzt als einer von vier spielern bei der asian championship durchgesetzt hat auf dem weg auch einen ehemaligen wm teilnehmer bezwungen mit leo glin auch einen ehemaligen finalisten der development tour vielleicht ein bisschen eine wundertüte wenn auch das niveau nicht over the top ist leonard gates das ist der nächste spieler den wir hier für euch auf dem zettel haben der hat sich mit 52 jetzt das erste mal für die wm qualifiziert und zwar durch den sieg bei der north american championship darüber hat auch ein ticket für den grand slam of darts ergattert über die gruppenphase ging es da allerdings nicht hinaus ein achtelfinale auf der world series beziehungsweise bei den world series finals hat aber schon gezeigt dass an einem guten tag durchaus was möglich ist für den us boy ist er ja keiner mehr darius labanauskas der brauchte wieder das schutzschild der nordic und baltic tour und das als ehemaliger wm viertelfinalist das hat vielleicht manch einer noch auf dem zettel ein einziges achtelfinale auf der pro tour war so ein lichtblick und er hat die direkte quali über die pro tour mit mehr als 7000 pfund rückstand schon deutlicher verpasst also ich möchte mal sagen das große feuer von lucky die damit sollten wir vielleicht nicht rechnen auch wenn er letztes jahr völlig aus dem nichts in seiner erstrunden partie an einem schönen samstag nachmittag einen neuen data geworfen hatte ich häng han aus china der hat schon mal 2004 bei einem pdc einladungsturnier mit gespielt damals gegen peter manley ganz klar und deutlich verloren und dieses jahr ist er dann im finale der chinesischen premier league gelandet und weil der eigentliche sieger nicht zur verfügung steht rückt er jetzt eben nach zur wm ist natürlich so eine gewisse unbekannte und krasser außenseiter christian pedeff von den philippinen auch ein gesicht das man schon ein paar mal im alley pally gesehen hat auch wenn er noch nie über die letzten 64 beim größten turnier des jahres hinausgekommen ist dieses jahr großer erfolg weil er die asian championship gewonnen hat sich dadurch auch einen platz beim grand slam of darts verdient hat und dort so manchen gegner zumindest mit seinem ruhigen langsamen wurfstil ich möchte sagen entnervt hat mensur suljovic kann da ein lied davon singen aber ob das wirklich dazu reicht die ganz großen bäume in london im norden londons auf diesem hügel da auszureißen naven rafferty der ist seit diesem jahr stolzer besitzer einer tour karte der nordire aber er hat die development tour gebraucht um sich für die wm zu qualifizieren hat dort jetzt insgesamt schon acht titel auf seinem konto auf dieser u23 tour dieses jahr auch das ein oder andere mal abgeräumt und sich darüber auch für den grand slam of darts qualifiziert allerdings gab es da den letzten platz in der gruppe an einem guten tag sicherlich zu einigem in der lage aber kommt dieser gute tag genau jetzt bei der wm der kanadier david cameron gibt zwar für seine hervorge auf der cdc tour sein pdc wm debüt ist aber weit weg davon ein unbeschriebenes blatt zu sein mehrere teilnahmen an der bdo beziehungsweise wdf wm sowie der world series und in diesem jahr auch der titel beim world seniors masters hat excalibur in seiner vita stehen und ist nicht zu verwechseln mit dem britischen ex premier minister für den japaner toro suzuki ist es nach der wm 2021 der zweite auftritt im alexander palace damals unterlag er dem letten madras rasma zusammen mit tomoya goto vertrat er sein heimatland in diesem jahr beim world cup of darts die wm quali gelang suzuki über die pdc asian championship standardmäßig heißt auch in diesem jahr der südamerikanische vertreter bei der pdc wm diogo portella allerdings war es in diesem jahr so knapp wie noch nie denn der brasilianer musste das playoff gegen den argentinier jesus ruben salate überstehen abgesehen vom jahr 2021 ging für brasilien auf der größten bühne des jahres aber nie wirklich viel der erste ukrainische teilnehmer an der pdc weltmeisterschaft heißt vladyslaw omelchenko der den nicht umumstrittenen ukraine qualifier für sich entscheiden konnte luke uthaus wird sicherlich böse über dieses los sein denn die everts beim qualifier des ukrainers zeugten nicht wirklich von hoher qualität als drittplatzierter der challenge tour darf sich danny van treype bei scott williams bedanken dass der niederländer sein wm debüt feiern darf und auch die tour karte scheint für die nächsten zwei jahre sicher zu sein ende oktober deutete van treype als nachrücker mit einem achtelfinale auf der pro tour sein können an der valiser robert owen hat sich über die zweitklassige challenge tour ebenfalls qualifiziert er hat ja bereits mal in den jahren 2016 bis 2019 eine tour karte und nicht vergessen stand im halbfinale bei den uk open erst jetzt klappt es aber mit der ersten wm teilnahme hat mit andrew gilding eine schwere aufgabe vor der brust könnte aber vielleicht überraschen mel cumming hat das oceanic masters gewonnen und das haben ja auch vorher schon bereits spieler wie simon widlock oder kyle anderson gewinnen können seine leistungen auf der world series deuten jetzt aber nicht darauf hin dass er sich auf einem ähnlichen karriereweg befindet rakash jiva ist ein echter veteran der 52 jährige ist zwar in england geboren hat aber einen indischen pass und damit war auch beim indischen qualifier spielberechtigt hat dort im finale den letztjährigen wm teilnehmer nitin kuma aus dem weg geräumt und ja hat damit gezeigt dass er auch wenn er jetzt nicht mehr auf der tour so viel unterwegs ist nie die darts komplett an den nagel gehangen hat und war dann jetzt erfolgreich mal gucken was er uns zeigen kann jose justicia hat sich in diesem jahr die tourkarte zurückgeholt konnte diese aber im verlauf des jahres nicht wirklich nutzen bis auf ein viertelfinale ist kein größerer run herausgekommen war nur viel stückwerk dabei so musste ihn der südwesteuropäische qualifier zur wm spülen hat dort unter anderem christo reyes bezwungen also das wäre auch ein riesen comeback gewesen und dem hat sich justicia aber erwehrt und wird jetzt zeigen was er leisten kann jimmy hendrix ist nicht zu verwechseln mit jerry hendrix der sich mal wie ein fisch auf der bühne fühlte aber trotzdem spricht auch dieser niederländer für qualität auch er wagt derzeit seinen zweiten versuch mit einer tourkarte muss dabei ebenfalls den umweg über einen lokalen qualifier nehmen im westeuropäischen hat er dabei max hopp im finale geschlagen louis williams der hat dieses jahr seinen ersten titel auf der development tour gewonnen und genau darüber also über diese turnierserie hat er sich dann auch für die wm qualifiziert auf der pro tour lief es nicht so pralle deshalb muss der valise jetzt auch um seine tourkarte noch ein bisschen bangen für das kommende jahr und wenn man sich so anschaut was er vergangenes jahr in der zweiten runde gegen gabriel clemens angeboten hat dann könnte man sich sorgen machen williams selbst wird sich einfach daran erinnern dass er in der ersten runde doch eigentlich ganz gut gespielt hat der sieger des african wm qualifier natürlich heißt er auch dieses moment stopp das ist ja falsch der der also devon peterson hat sich gar nicht qualifiziert was denn da los grant samson hat diesen african qualifier gewonnen und er hat es sich verdient weil er nämlich devon peterson auf dem weg dorthin aus dem weg geräumt hat und jetzt sind wir mal sehr gespannt was denn dieser spieler dieser afrikanische vertreter auf der ganz großen bühne leistet weil ansonsten haben wir noch nicht viel von ihm gehört ben robb neuseeländischer qualifier und das nicht zum ersten mal das ist bereits seine dritte wm allerdings wartet er bislang noch auf einen sieg gelingt das dieses jahr zum ersten mal mal schauen es war zunächst nicht unbedingt das jahr von florian hempel der wahlkölner brauchte eine weile um so ein bisschen in fahrt zu kommen das gelang ihm erst später in diesem jahr und dann hätte es für eine wm quali über die pro tour auch nicht gereicht aber diesmal hat er die chance über die super league genutzt einen sehr sehr starken finaltag gespielt und im endspiel niko springer bezwungen und wenn man sieht was hempel letztes jahr so auf dieser wm bühne abgerissen hat dann sieht man ihn vielleicht sogar als bisschen den favoriten gegen keegan brown zweite runde gang gegen luke humphreys wahrscheinlich eher außenseiter aber wenn er diese vibes vom letzten jahr mitnimmt warum dann nicht eine weitere überraschung über sie hat man in diesem jahr viel diskutiert felon sherrock viele einladungen gehabt auf die world series aber nie wirklich dabei überzeugen können da hat sie dann auch ein wochenende auf der women's series verpasst und vielleicht war das am ende der ausschlag dafür dass bo greaves the queen of the palace noch abgefangen hat und eigentlich wäre sie also über die women's series gar nicht für die wm qualifiziert gewesen dann hat die pdc im november entschieden dass auch der women's world match play champion in den ellie pelly darf und das ist felon sherrock dementsprechend kontrovers die diskussionen im netz und es gibt auch tv experten die sagen dass sie sportlich diesen wm startplatz gar nicht verdient hat und dass ihr eine marketing aktion der pdc war aber mit den erinnerungen aus vergangenen jahren und der tatsache dass sherrock immer auf der bühne mal explodieren kann sollte man sie zumindest ein bisschen auf dem zettel haben nach neun jahren pause mit 55 jahren noch mal für die wm qualifizieren kann man so machen glückwunsch richie bernett der sich die tourkarte zurückgeholt hat dann eigentlich eher unscheinbar dieses jahr unterwegs war aber da gab es ja noch den pdpa qualifier und da ist der weltmeister von 1995 durchgegangen und jetzt ist er wieder zurück auf der ganz großen bühne und mit seiner erfahrung vielleicht lässt sich da das ein oder andere ründchen überstehen lisa ashton war in diesem jahr wieder ohne tourkarte unterwegs und spielte sowohl women's series wdf tour als auch world senior darts tour beim erstmaligen women's world matchplay kam das aus im halbfinale gegen aline de graaf souverän ging es über die women's series erneut zu grand slam und wm dort ist die länkische rose bisher allerdings noch ohne sieg mitte des jahres startete boke reeves in die women's series saison es folgten acht siege bei acht teilnahmen und die sensationelle qualifikation für die pdc wm die 18 jährige wdf weltmeisterin ist in ihrer altersklasse sowieso und generell bei den damen zurzeit ohne konkurrenz die große frage ist ob sie ihre klasse auch auf der großen elli per die bühne zeigen kann sensationell spielte sich sebastian bieletzky anfang des jahres ins vierte finale der uk open vor wo er gegen william o'connor gar einen matchstart verpasste zudem gab es einige auftritte auf der europäentour einen sieg auf der development tour das world cup debüt für polen an der seite von christoph ratalski sowie die erstmalige wm quali durch den sieg beim east europe qualifier ryan joyce war der erste spieler der die wm qualifikation über die pro tour verpasst hat bei den world seals of darts feindes fand er im viertelfinale die floor turniere liefen allerdings nicht nach wunsch mit dem auftaktsieg bei den players championship finals über gavin price deutete er sein können allerdings an und ging als einer der favoriten in den pdpa qualifier wo er sich schlussendlich auch durchsetzen konnte auch bei jeff smith musste in diesem jahr der pdpa qualifier für die erfolgreiche wm qualifikation herhalten über die pro tour fehlten trotz eines viertelfinals glatte 3000 pund und auch bei den wenigen european tour auftritten wusste der kanal den nicht zu überzeugen für den silencer spricht allerdings seine große wm erfahrung die schlussendliche wm qualifier